So, damit herzlich willkommen zu einem neuen Videomodul der Spieltheorie. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir docken an die Inhalte aus dem letzten Video an. Und zwar haben wir für ein 2x2 Spiel ein Nutzendiagramm erstellt. Heute erhöhen wir den Schwierigkeitsgrad, indem wir uns ein 3x3 Spiel anschauen und hierfür ein Nutzendiagramm erstellen. Natürlich wollen wir auch wieder das Erfolgtheorem mit aufnehmen. Dieses besagt, dass jede erreichbare Auszahlungskombination des Basisspiels im Durchschnitt pro Periode des Superspiels erreicht werden kann, die jedem Spieler mindestens die Auszahlung bietet, die er sich im schlechtesten Fall selbst sichern kann, falls das Spiel nur ausreichend oft wiederholt wird. Wir haben folgendes 3x3 Spiel in der Normalform. Und zwar 2 Spieler S1 und S2. Beide Spieler haben identische Strategien mit C, D und P. Also Spieler 2 hier auch C, D und P. Im Kasten finden wir unsere Auszahlungen. Erste Auszahlung für Spieler 1, zweite Auszahlung für Spieler 2. Wir sprechen hier von der Auszahlungsmatrix. In diesem Fall haben wir eine 3x3 Auszahlungsmatrix. Und das Gesamtpaket ist dann hier unser Spiel, unser 3x3 Spiel in der Normalform. Als erstes würde ich die Gleichgewichte in reinen Strategien bestimmen über den Ansatz Beste Antworten. Wieder Rationalität und vollkommene Informationen wird unterstellt. Das sind so die gängigen Annahmen, die man immer im Hinterkopf haben sollte. Also wenn Spieler 2 C spielt, dann spielt Spieler 1 hier D mit einer Auszahlung von 6. Wenn Spieler 2 D spielt, dann spielt Spieler 1 D. Und auf P wird geantwortet mit P. Ja, dann das gleiche für Spieler 2. Und zwar Spieler 2 antwortet auf C mit D, auf D mit D, da haben wir schon unser erstes Gleichgewicht gebildet und auf P wird geantwortet mit P. Wir hätten also hier in reinen Strategien zwei Gleichgewichte. Das würde heißen, wir könnten jetzt hier auch eine gemischte Strategie bestimmen. Das werden wir aber heute nicht tun. Nur, dass man einmal sieht, man hat jetzt hier zwei Gleichgewichte. Nur beide Gleichgewichte sind hier nicht Pareto-effizient, denn beide Spieler könnten sich durch Absprache mit der Kombination C-C besser stellen. Denn hier würden sie eine Auszahlung jeweils von 5 erhalten. So, das erstmal dazu zum 3x3 Spiel in der Normalform. Und jetzt, wenn wir ein Nutzendiagramm erstellen, brauchen wir erstmal ein geeignetes Koordinatensystem. Hier ist es deutlich einfacher als im letzten Video. Ich habe jetzt hier einfach mal das Koordinatensystem übernommen vom letzten Video. Nur, hier können wir auch direkt mal unseren Bruch einmal wegmachen. So. Also hier brauchen wir jetzt gar nicht mehr den Part. Na, ich kriege das nicht ganz genau hin. Gehen wir nochmal kurz zurück. Wenn nicht, ist jetzt auch nicht schlimm. So, hier einmal ansetzen. So. Zack. Haben wir das. Das passt schon mal. Jetzt hier unten. Klar, ich hätte das jetzt im Vorwege alles schon wegmachen können. Gar keine Frage. Da könnt ihr mich gerne kritisieren in den Kommentaren. Nur, ich wollte das noch einmal. Ich wollte noch einmal darauf hinweisen, dass im letzten Video, wir bei einer Auszahlung von 64, meine ich. Ne, 60 sind wir eingestiegen. Und wenn wir das jetzt so übernommen hätten, das Koordinatensystem, hätten wir hier bei 1 eben gestartet. Beziehungsweise bei 0 und dann eben hier in 1er, 2er, 4er Schritten. Je nachdem. Dann wäre das Koordinatensystem aber elend lang gewesen und wir hätten leere Flächen gehabt. Daher haben wir hier so einen Bruch drin gehabt. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Weil, wenn wir uns die Auszahlung anschauen, ist die geringste bei 0 und die höchste bei 6. Und das würde sich jetzt hier anbieten, in 1er Schritten vorzugehen. So. Und dann würde ich jetzt sagen, dass wir erstmal die Koordinaten y-Achse beschriften mit der Auszahlung für Spieler 2 und die x-Achse Auszahlung für den ersten Spieler. Dann brauchen wir einmal die Auszahlungen, unser Maßstab. Sprich, hier hätten wir einmal 1, dann würde ich hier die 2 setzen. Bei mir kommt es zu Zeichenungengenauigkeiten aufgrund dessen, dass ich keinen karierten Hintergrund habe. Ja, arbeitet einfach sauber in der Hausaufgabe oder in der Klausur. Das macht immer einen positiven Eindruck. Hier macht das Sinn, in 1er Schritten vorzugehen. Man kann auch in 2er Schritten vorgehen. Würde ich aber hier nicht empfehlen. So. Lieber das Koordinatensystem ein bisschen größer ziehen, damit man hinten raus noch ein bisschen Platz hat, als das zu klein zu ziehen und dann nochmal die Achsen hier zu quetschen. Das wollen wir nicht. Ja, und hier hätten wir dann jeweils die 0. So, das erstmal hier zur korrekten Beschriftung. Auch sehr, sehr wichtig, die Beschriftung. Da kann man sich ein Eigentor schießen. Ja, und dann haben wir hier die ganzen Strategiekombinationen. Beispielsweise CC mit der Auszahlung 5,5 und die übernehmen wir jetzt hier alle. Dazu muss ich hier einmal kurz meinen Punkt vergrößern. Ja, fangen wir hier an. CC, 5,5. So, erstmal einfach stumpf alle Reihenstrategien hier abtragen. 5,5 hätten wir hier. 2,6. 6,2 für den ersten Spieler und dann 6 für den zweiten. So, man hätte auch den ersten hier abtragen können auf der Y-Achse und den zweiten auf der X-Achse. Das müsst ihr für euch wissen. Das wäre jetzt nicht verkehrt. Ich mache das aber jetzt so, wie ich das der Übung auch kennengelernt habe. Dann 0,0. Ja, 0,0 ist hier. Auch auf jeden Fall den Punkt 0,0 mit abtragen. Dann 6,2. Erster Spieler 6, zweiter Spieler 2 wäre dann hier. So, dann hätten wir 3,3. Hätten wir hier. Dann 0,0 haben wir schon. 0,0, 0,0 haben wir alles hier schon abgetragen. Und 1,1 hätten wir hier. So, 1,2,3,4,5,6. Da wir aber hier 4 Punkte auf den 0-Punkt vereinen, würde ich sagen, dass das alles so passt. Also, ja, was jetzt eine Schwierigkeit sein könnte, wenn man die Punkte nochmal beschriftet, das machen wir jetzt auch, dass man ja 4 Punkte hier direkt am 0-Punkt hat. So, ich muss jetzt einmal kurz hier wieder Schriftart beziehungsweise die Größe wieder anpassen. So, gucken wir uns mal kurz die relevanten Punkte an. 3,3 wäre ja hier das Nash-Gleichgewicht mit D,D. D,D wäre hier die Kombination. Dann, was hatten wir noch? 5,5 wäre hier C,C. Dann hätten wir hier erster Spieler. Wäre hier eine Auszahlung von 6, also D. Und zweiter Spieler 2. Das heißt, D,C. So, dann hätten wir hier oben 2 und 6. 2, also C und D. 2,6. CD. CD. Und 1,1 wäre hier P,P. P,P. So, alle anderen Kombinationen finden wir dann hier am 0-Punkt. Die kann ich jetzt hier nochmal runterrattern. Machen wir das einmal kurz. Also, ich hätte hier einmal C,P. C,P. Dann D,P. Dann PC. PC hört sich auch merkwürdig an. Und dazu geletzt PD. Power Delivery. Nein, Scherz. So, oder PC für Personal Computer. Das Ganze wäre dann hier dieser Punkt. So würde ich das jetzt in der Klausur Hausaufgabe dann auch abtragen. Ja, und dann geht es eben darum, jetzt alle äußeren Punkte miteinander zu verbinden. Und ja, die äußeren wären dann, ich schnappe mir hier einmal mein Tool. Denn jetzt hätten wir die reinen Strategien abgebildet in unserem Koordinatensystem, in unserem Nutzen-Diagramm. Es fehlen uns aber noch die gemischten Strategien und hierzu einfach die äußeren Punkte. So, zack, zack. Jetzt kann ich hier nicht nach innen gehen. Das wäre ein Fehler. Wenn ich jetzt hier einfach so nach innen gehe, dann müsste ich ja hier weitermachen, dann hier. Und dann müsste ich ja irgendwo hier auch wieder hochgehen. Das wäre jetzt hier verkehrt. So, ich mache das mal wieder zurück. Ich wollte nochmal zeigen, was man hier für einen Fehler halt machen könnte. Denn wir gehen jetzt hier zu dem Punkt. Ja, ich streiche jetzt das PP dort durch. Macht aber nichts. Und dann gehe ich hier hoch. So, das wäre jetzt hier unser Nutzenraum. Wir hätten jetzt hier die gemischten Strategien abgebildet. Alle Auszahlungen, die außerhalb hier unseres Nutzenraumes liegen, die sind nicht erreichbar für die Spieler. Alle, die auf der Gerade liegen, wären die gemischten Strategien. Die Punkte wären die reinen Strategien und alle dann innerhalb des Nutzenraums wären natürlich auch erreichbar. Hier die reine Strategie oder ich kann die auch mischen zwischen den Strategien. Gar kein Problem. So, das wäre einmal das Nutzendiagramm. Ich schreibe nochmal hin. Wir haben dann hier noch ein bisschen Platz. Ich würde dann auch nochmal in der Klausur einfach hier drüber ein Nutzen-Diagramm schreiben. Wie gesagt, in der Klausur würde ich nochmal echt ein bisschen vorsichtiger vorgehen, ein bisschen sauberer nochmal arbeiten. So, als wenn ich mir eine Skizze irgendwie zu Hause auf dem Papier erstelle. So, ein Nutzen-Diagramm haben wir. Jetzt fehlt uns noch das Volk-Theorem. Habe ich ja hier schon vorgetragen, was man darunter versteht, dass jede erreichbare Auszahlungskombination des Basisspiels im Durchschnitt pro Periode des Superspiels erreicht werden kann. Das Basisspiel wäre hier. Übrigens, das wäre auch ein Gefangenen-Dilemma. Ich schreibe das nochmal hin. Gefangenen-Dilemma. Und die Nash-Gleichgewichte, die wir hier ermittelt haben, die beiden Gleichgewichte, die wären nicht Pareto, sondern die Pareto-Option wäre jetzt hier bei CC. Und das wäre auch die Lösung, die wir erreichen könnten durch Absprache. Also wenn sich die beiden Spieler absprechen. Und die wäre dann auch Pareto. Übrigens, hier die Lösung 6-2, also DC, die Kombination wäre auch Pareto. Denn hier kann sich jetzt auch kein Spieler besser stellen, ohne den anderen schlechter zu stellen. Das heißt, wenn wir jetzt hier wechseln auf CC, dann würde sich ja hier der erste Spieler schlechter stellen. So, also wäre er hier auch Pareto. Das nur mal dazu. Hier könnt ihr dann jede Kombination noch einmal für euch durchgehen und hinterfragen, ob die Pareto-Effizient wäre. Ja. So, Gefangenen-Dilemma. Aber jetzt wollen wir das Erfolg-Theorem hier nochmal eins skizzieren. Dazu nehmen wir das Nash-Gleichgewicht mit der geringsten Auszahlung. Das wäre hier 1-1. Und da wären wir hier und setzen hier einen rechten Winkel an. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach hoch. Ich mache das mit einer gestrichelten Linie, so mit einer Übungsveranstaltung. Rechten Winkel bilden. Und dann hätte ich hier einen neuen Nutzenraum. Und das wäre dann die Darstellung des Volk-Theorems. Also, am Nash-Gleichgewicht mit der geringsten Auszahlung ansetzen. Und ihr seht, dadurch verschwindet einmal dieser Punkt hier. Und ganz wichtig, dieser Punkt hier. D-D, die Kombination, die nicht verbinden. Wir verbinden nur die äußeren Reihenstrategien miteinander. Ja, das war es soweit. Mehr wollte ich euch gar nicht zeigen. Also, ihr merkt, dieses Skizzieren hier, so ein Nutzen-Diagramm zu erstellen, ist gar nicht so schwer. Schwerer wird es eben, das dann hier zu interpretieren, was man sieht. Und unter anderem vielleicht noch die Diskontrate hier. Oder Diskontrate, sag ich schon. Ich meine Diskontfaktor. Hier noch verbal mit zu erklären. Das wäre aber Top-Knowledge. Also, wenn man das hier schon kann, das Nutzen-Diagramm erstellen. Richtig beschriften. Maßstab korrekt wählen. Alle Kombinationen übernehmen. Reine Strategien skizzieren. Gemischte Strategien skizzieren. Ich schreibe hier nochmal hin. Also, erstens immer reine Strategien. Reine Strategien. So, dann die gemischte Strategien. Die befinden sich auf der geraden Strategien. Und drittens das Volk-Theorem noch übernehmen. Das kommt wirklich Volk. Volk heißt, glaube ich, auch Volk. So. Volk-Theorem hier übernehmen. Und ich mache das hier nochmal. Das wären die drei Schritte. Wenn man das kann, dann wird man schon eine Menge an Punkte kassieren. Und alles, was drüber hinausgeht, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Das wäre dann eben der Unterschied zwischen der 1 und der 2. So, jetzt habe ich hier was falsch gemacht. Wobei, nichts falsch gemacht. Was vergessen. So. Und. Ich wollte nur einmal nochmal zeigen, wie man sich das vielleicht ein bisschen besser merken kann. Wir würden erstmal mit diesen Punktwerten starten. Dann würden wir die Punktwerte markieren. Aber nur die äußeren. Und dann würden wir hier. So, nochmal zurück. So. Klar, Moment. Ich habe es gleich. So. Dann hätten wir hier einen Punkt. Unser Natch-Gleichgewicht mit der geringsten Auszahlung. Und hier würden wir dann einen rechten Winkel ansetzen. So würde ich mir das grafisch dann auch nochmal bildlich merken. Ja, das war es. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Comments hinein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao. Untertitelung. BR 2018